Jo, meine Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Spiel mit der Waffe. Ja, wir sind gerade auf der 2er-Serie unterwegs und jetzt bin ich leider wieder in der gleichen Lobby, aber das habe ich nur gemacht, weil ich endlich wieder mal Raid spielen möchte, weil das sowieso so selten geht. Danke. Oh, danke, er hat mir den Rücken freigehalten. Komm schon, ich muss mir jetzt einen schönen Spot aussuchen. Da ist einer. Danke. Ehm, hallo? Hast du dich gerade versteckt oder so? Mein Weg ist es nicht. Was? Da war doch ein Auto und... Was soll die Scheiße? Hallo? Er kommt. Ja, er kommt. Ja, er ist wirklich gekommen. Hallo? Ey, Junge, lauf doch nicht weg von mir. Das Auto... Oh, ich bräuchte... Das brennt. Böses Auto. Böse, böse... Mann. Boah! Alter! Schreck mich halt noch mehr, seid ihr behindert. Du Heilige. Komm, du... Hä? Wollt mich alle ein bisschen verarschen, oder? Ich denke mir so, ja, er kommt eh um die Ecke und... Äh, Gott... Da ist er. Danke, dass es wenigstens jetzt connectet hat. Äh... Okay. Ich geh mich damit zufrieden. Wartest du da? Ey, ich... Ich brauch so lange zum Anzoomen. Zum Andivieren. Ey, komm doch. Sechs Schuss müssten eigentlich für einen Gegner reichen. Nein. Ach, er ist gekillt worden. What the fuck? Ich hätte... Ey. Mann. Jetzt muss ich wieder so weit laufen. Oder hier läuft mir einfach mal ein Kollege entgegen. Läuft. Äh, was? Ich hab das Gefühl, ich wollte mich wirklich alle verarschen. Ey, Leute. Leute, 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 Leute. Ne. Äh, warum ist das... Verpiss dich jetzt. Vernechtet einfach nicht. Juck dir nicht. Mann. Ich darf mich zu... Er demütigt mich aus der Luft. Habe ich mich... Ne. Okay. Gott sei Dank. Ey, ich dachte mir schon. Ey, ich muss Gas geben. Der Typ hinter mir war gerade... Ja, daneben das Auto. Ist mir auch egal. Wie schön das ist. Oh. Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Jawohl. Ja. Endlich. Läuft. Und da ist der Prestigemaster draußen. Auf das habe ich gewartet, dass das jetzt kommt. Jawohl. Schön. Geile Sache. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Siegesserie Nr. 3 wieder mal. Ist auch ziemlich chillig gerade. Ja, und Leute, falls euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Spiel mit der Waffe. Ciao. Oh, wir haben's geschafft. Shit. Okay, ähm, man merkt, es ist ziemlich actionreich als Liebe-Waffenspiel. Einer meiner Lieblings-Modus.